Das sieht aber eigentlich, glaube ich, dann ziemlich genau so aus. Urlaub kommt sich anders aus, aber da haben wir jetzt noch gar nicht dran gemacht. Weil bei Urlaub ist zum einen möglich, um ganz Dinge des Ereignisses, oder halt nur stundenweise zu nehmen. Also stundenweise heißt bei uns aber halt nur halt Cut. Wir brauchen hier wieder die Verliebzeit, die ist halt jetzt in dem Buch, wo wir alles da haben. Genau, und ich bin jetzt im Moment im Account von einer seiner Mitarbeiterin. Das ist immer von Mitarbeiterin bezogen, das ist ein Mitarbeiterabend. Ja, weil da zur Orientierung wäre es ja ganz gut zu sehen, welcher Mitarbeiter das nicht gewählt ist. Wir haben hier oben extra noch freigelassen, also hier ist noch eine Zeile frei, dass man das einfach übernehmen kann. Das wäre besser so, oder? Ja, doch, ich finde schon. Das wäre zu viel halt, wenn ich sehe. Ja, wobei, ich meine, jetzt muss ich sagen, wir sind ja hier drin gewesen. Ich habe am Anfang auch gedacht, dass man den halt noch mit übernimmt, das Bild, den Namen. Ich warte immer noch auf den Video, den man mal schneiden wollte. Bitte? Ich wollte immer noch auf den Video, den man mal schneiden wollte.